Sechs Leute, sechs Leute, das waren die alten Rittersleut. Sechs Leute, sechs Leute, die Ritter, die waren gescheit, 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 gescheit. Ehescheidung wie bekannt gab es nicht im Rittersland. War die Rittersfrau mal barsch, bekam sie eine auf'n. Sechs Leute, sechs Leute, das waren die alten Rittersleut. Sechs Leute, sechs Leute, die Ritter, die waren gescheit, 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 gescheit. Ging ein Ritter mal auf Reisen, legt er seine Frau in Eisen. Doch der Knappe Friedrich hatte einen Dietrich. Sechs Leute, sechs Leute, das waren die alten Rittersleut. Sechs Leute, sechs Leute, die Ritter, die waren gescheit, 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 gescheit. Scheit, 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 scheit. Der Ritter Kunz von Kunzenstein schlief gerne auf dem Nachttopf ein. Da sprach die Alte von den Kunzen, geh, aber lass mich einmal. Sechs Leute, sechs Leute, das waren die alten Rittersleut. Sechs Leute, sechs Leute, die Ritter, die waren gescheit, gescheit, gescheit. Scheit, gescheit, gescheit, gescheit. Wollt ein Ritter einen morden, muss da oft sehr lange warten, bis das der andere ohne Eisen. Und das war da nur beim Schlafen. Sechs Leute, das waren die alten Rittersleut. Sechs Leute, sechs Leute, die Ritter, die waren gescheit, 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 gescheit. Und saß ein Ritter auf dem Gaul und war zum Abesteiegen zu faul. Hat der gleich in trüstung biselt, links und rechts ist oben grüß. Sechs Leute, sechs Leute, das waren die alten Rittersleut. Sechs Leute, sechs Leute, die Ritter, die waren gescheit, 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 gescheit. Und lässt so'n Ritter einen fahren, denn sowas hält die Rüstung warm. Hockt ihn aber dann der Kraus und lasst ihn beim Visier hinaus. Sechs Leute, sechs Leute, das waren die alten Rittersleut. Sechs Leute, sechs Leute, die Ritter, die waren gescheit, gescheit, gescheit. Und wollt so'n Ritter einmal schnachseln, musst raus der Rüstung kraxeln. Das ist ihm beschwerlich geworden und darum sind sie ausgestorben. Sechs Leute, sechs Leute, das waren die alten Rittersleut. Sechs Leute, sechs Leute, die Ritter, die waren gescheit bei der Nacht, gescheit bei der Nacht.